Ja gut, wir haben die Schweiz bekommen mit den Leuten, mit denen ich bisher geredet habe oder viele von denen, die sich nur am Rande damit beschäftigen, meinen, die Schweiz wäre kein starker Gegner, wäre also ein Gegner, den man relativ leicht schlagen kann, dem ist mit Sicherheit nicht so. Wir freuen uns, sondern es geht in diesen zwei Spielen darum, eben weiterzukommen und in die Euro 2013 nach Israel zu kommen. Ich denke, das ist ein Länderspiel allgemein immer was Besonderes mit Hymnen und so und dann noch daheim in Leverkusen. Ich denke, das ist auf jeden Fall nochmal mehr Motivation, dass dann so ein wichtiges Spiel in Leverkusen stattfindet. Das freut mich dann umso mehr. Also ich denke, die Schweiz ist auf jeden Fall ein starker Gegner, man darf die nicht unterschätzen, weil viele Spieler spielen auch bei Topmannschaften. Jetzt spielen, glaube ich, sechs Leute bei Grassobers Zürich. Die sind Tabellenführer in der Schweiz, also unterschätzen darf man die und werden wir auf jeden Fall nicht. Ich als Kapitän natürlich bin da absolut guter Dinge und natürlich positiver Euphorie auch in mir, die auch drin mir steckt. Da bin ich mir eigentlich sicher, dass wir das Ding schaffen. Aber wie gesagt, die Einstellung muss am Tag richtig sein und wir müssen einfach da sein.